90,7 Kilogramm. Wo ist denn nun? In einem Großmachhaus kommt so in die Planecke... Aus Berlin... ...Befahrt... ...Duckburg! ...und vor der 8. Kunde neben dem Cruiser Gewicht sind angesetzt, das Gewichtste mit 90,7 Kilogramm. Ich darf euch zuerst die offiziellen Vorstellung. Die Superbeiderin aus Deutschland ist Frau Beate Pössling. Sollte der Kunde über die Volldistanz gehen, sind die drei Wundrichter. Marco Morant, René Vivi und Peter Milo und alle drei ebenfalls aus der... Acht Runde gegen Cruiser Gewicht sind angesetzt, 2nd Sound, Ring frei, Runde 1... ...Round War! 0! 0! 1! 0! 2! 2! 3! Vielen Dank.